HTEC Systems, ein Unternehmen der Hydrogenvertechnologie, und Gruppe E, ein Energieunternehmen, hat dieses Travajera & Ensemble für das erste Projekt H2 in der romanischen Schweiz angekündigt. Le Projet utilisera el elektricite renovable produite au barrage des schiffenen pur alimenta des Elektrolyseurs. Die Produktion beginnt im Jahr 2023. Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden 300 Tonnen H2-Erneuerungsmenge produziert. Der saubere Kraftstoff wird hauptsächlich für die Dekarbonisierung des Güterverkehrs verwendet. Mit dem Projekt wird erstmals eine H2-Produktionsstätte in der Westschweiz eröffnet. Die Produktionsstätte Schiffenendamm befindet sich im Kanton Freiburg. Die beiden PEM-Wasserstoff-Elektrolyseure, die für die H2-Produktion verwendet werden, werden von der Rotationsturbine des Dams mit über 2 Megawatt sauberer Energie versorgt. Der Standort der Produktionsstätte liegt in der Nähe der Autobahnen A, 12 und A1 und eignet sich perfekt für die Lieferung des sauberen Kraftstoffs an nahegelegene Tankstellen. Das H2 wird auf der Straße mit Tankwagen zu diesen Stationen transportiert. Die grüne Wasserstoffpartnerschaft ist das Ergebnis eines Pilotprojekts der Gruppe E, das die PEM-Elektrolyseure benötigte. Die beiden Unternehmen haben sich für das Projekt zusammengeschlossen, weil die PEM-Elektrolyseure von H-Tech-Systems den Anforderungen der Gruppe E an die Produktion von erneuerbarem H2 entsprachen. Mit diesem Projekt betreten wir Neuland. Die konstruktive, offene und transparente Kommunikation mit H-Tech-Systems sowie deren Erfahrungen mit den eigenen effizienten PEM-Elektrolyseuren stimmen uns zuversichtlich für die anstehende Umsetzungsphase, sagt Gruppe E-Projektleiter Urs Kröpfli. Damit hat H-Tech-Systems erstmals den Schweizer Markt betreten. Das Unternehmen begrüßte die Gelegenheit, bei diesem Projekt mit Gruppe E zusammenzuarbeiten, und erklärte, dass es sich auf die Gelegenheit freue, mit dem Energieunternehmen an diesem grünen Wasserstoffprojekt zusammenzuarbeiten. Durch die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit während unserer Gespräche in den vergangenen Monaten wissen wir, dass wir mit Gruppe E einen sehr geeigneten Partner für unser erstes Projekt in der Schweiz gefunden haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Kunden dieses innovative Projekt an einem somalerischen Ort wie der Schiffenentalsperre umzusetzen, sagt Projektverkaufsleiter Alexander Decke. Vielen Dank, dass Sie sich für Hydrogen Fuel News com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf hfn.